Dieses Substantiv bedeutet eine Verbindung oder Verknüpfung von Dingen, Gedanken oder Vorstellungen. Es beschreibt das Phänomen, dass ein bestimmtes Wort, Bild oder Ereignis eine Verknüpfung mit anderen Begriffen oder Gedanken hervorruft, die aufgrund von Erfahrungen oder Erinnerungen im Gedächtnis gespeichert sind. Ein Beispiel wäre das Wort Hund, das Assoziationen wie Vierbeiner, Haustier oder Bellen auslösen kann. Darüber hinaus können das Wort auch in Zusammenhang mit Gruppen oder Organisationen verwendet werden, die sich aus Personen, Institutionen oder Staaten zusammenschließen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Solche Assoziationen können formal oder informell sein und können verschiedene Zwecke haben, wie beispielsweise wirtschaftliche, politische oder soziale Interessensvertretung. In der Chemie bezeichnet der Begriff Assoziation die Verbindung von Molekülen zu größeren Molekülverbänden, die aufgrund von elektrostatischen Wechselwirkungen oder Wasserstoffbrücken entstehen können. Diese Molekülverbände können je nach Größe und Zusammensetzung verschiedene physikalische Eigenschaften aufweisen. Es ist das Wort Assoziation. Die Assoziation. Assoziation.